ja Leute damit willkommen zurück zu Space Crew jetzt habe ich es richtig gesagt ja äh wir äh haben in letzter Folge ordentlich Cash gemacht und ich werde jetzt erstmal alle Leute mit einer Phasenpistole ausrüsten äh einfach weil es gibt Schaden kann dich nicht so einfach damit alle eine haben kann bestimmt nicht schaden so Raumschiff haben wir noch der Gauß mit einem ja so jetzt geht es weiter ich musste ganz kurz in die Tür hat geklingelt ähm so wo war ich jetzt stehen geblieben Fluchtkapseln ja wir haben wir haben drei Stück sollte theoretisch eigentlich erst einmal reichen was ich noch mal gerne gucken würde wäre Ende wir plantern jetzt mich einmal massiv so Mission was haben wir denn so schön ich will noch nicht diese hohe Mission machen die ist ich will noch mal so ein oder will ich schon für 100 er ist immer noch da aktiv ja lass mal Transportschiff exportieren mal gucken was dabei rumkommt so äh ja der ist wieder aktiv das ist mir bewusst wahrscheinlich ist kommt der nur wenn ich ähm ja um jeden kreis verteidigen habe ich habe ich verstanden wir laden unsere Systeme für die Überfragung zum Sektor Inneres da 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 auf ok ach da ist der Frachter so Moment du dahin du dahin können wir jetzt nicht einfach schön fett schnell auf den Weg machen zu dem anderen Ding und dann so wahrscheinlich nicht Feuer konzentrieren so so noch irgendwo anders ok das liegt ja gerade noch mal gut irgendwie so bisschen ok 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 lade auf ok komm mach schneller ok ok cl k dick fällt schön hinter dem Ratt herausbekommen den schön erstmal hinten ei so ù gegner auf Kanzler Ich würde gerne einmal Jäger Das wäre Kommt, schießt, verstöre Kommt, schießt, schießt Kommt, schießt Kommt, schießt Kommt Ciao So, er sollte vielleicht echt mal in die Funktion gehen Aber wirklich mal Halleluja So Alla Ein paar Sachen Du, das reicht Okay Komm, komm, komm Mach springen Mach tue Tue etwas So Okay Ich habe eigentlich so ein fettes Asteroidenfeld hier Irgendwelche Schiffe, die besorgniserregend wären Ich hoffe doch nicht Fokus Ah, da hat er noch andere Schiffe Irgendwelche Schiffe Irgendwelche Schiffe So 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 Okay Äh Bitte einmal den da reparieren Oh Fuck Äh Schilde regenerieren So So Juga hin hey 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 eh hey 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 so ok 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 er ist immer noch immer ok 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 sind wir jetzt da bitte? ja wir sind da Gott sei Dank so so noch irgendjemand der etwas angekratzt ist nö wir können die hier erstmal zurück auf den Posten so so ja gut das kann man beschleunigen dass der jetzt irgendwann mal da angedockt ist dauerts ja ja da sind noch Gegner da komm her bitte beschützt uns ja 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 steck mich doch am Arsch komm ladet schneller auf ja 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 gerade ja 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 Auswegmanöver Auswegmanöver So Feuer kann entfielen, Feuer kann Entfielen So Ach wir noch mehr Mein Gott Alter noch mehr Okay ist glaube ich gut, dass wir keine Nicht diese schwere Mission machen Weil da würden wir ja hoffnungslos Wahrscheinlich So Komm Komm Ja 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 Okay Ja 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 BoAF Ja 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 Quatsch Ja 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 Aua 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 Gegner, Mann, verdammte Scheiße. Lass mich erst diese Fluchtkapsle holen. Komm, komm, komm. Komm. Lass mich die Fluchtkapsle holen. Lass sie mich holen. Echt schneller aus, komm. Okay, kann man nichts machen. An die Schilde. Los. Ausweich, Hanöver. Kann man nicht mal gebrauchen? Hallo. Okay, laden. Was können wir? Da ist ja irgendjemand drin. Yama. Kann man den? Ist das einer unserer ehemaligen Crewmitglieder? Wird nicht wundern. Erstkontaktar. Seid gegrüßt, Erdlinge. Ich komme nicht in Frieden und doch werde ich ewig Frieden finden. Oh, wie poetisch. Also dann. Wo ist unser Arzt? Bitte einmal Feuer fokussieren. Kann ich meine Jäger-Entstützung machen? Nein, noch nicht. Moment. Komm, Jäger-Entstützung. Ah, fuck. Ähm. Ja. Warte, 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 das kann nicht sein. Äh. 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 Komm. Hier. Da. Hallo. Oh, komm. Schon, meine Jäger-Entstützung bitte einmal kurz. Nein, den haben wir nicht besiegt. Das hätte mich jetzt auch gewundert, aber egal. Nein, das sind. Oh, komm. Hol den scheiß Gewehr. Noch mehr Leute, ey. Die Henne. Gegner angreifen. Kurz nach Pause. So, äh. Du holst dir ein Gewehr. Komm, schieß. Schieß. Was? Leck mich doch am Arsch. Komm. Gegner angreifen. Gegner angreifen. Ja, der wird kapieren, ist mir egal, ich finde meine Kure. Komm, schieß. Angreifen. Komm, schieß. Okay, okay, okay. Easy. Äh. Da holen. Heilen. Komm, heile. Mach heile, heile. So, äh. Einmal das da wegmachen. Bitte. Wir geben uns bitte einmal. Äh. Wo müssen wir denn hin? Moment, ganz kurz. Ich muss ganz kurz wieder klarkommen. Du bitte kurz dahin. Du. Ach, der macht unsere Dings leer, ne? Schön. Ich hab dir das da. Mach Feuerlöscher. Da. So, äh, du löscht bitte Feuer. Anderson. Geht da hin. So, kurz wieder klarkommen. Das war etwas taff. So. Okay, wir geben das da kurz. Boah. Okay. Das war, äh, taff. Muss ich schon sagen. So, äh, bitte einmal heilen gehen. Nein, nicht hier. Er. So. Das reicht. Jetzt irgendwann nochmal da. Ach, wie toll. Jetzt, da gibt's Sinn, warum wir keine Energie haben. Oder uns nicht bewegen. Weil der Reaktor beschädigt ist und deswegen nicht genug Energie hat. Ja, okay. Ja, gibt sehr, sehr Sinn. Okay, hier ist es aber schon ordentlich. Nee. Jetzt doch nicht. Ich. Anderson. Feuer konzentrieren. Feuer konzentrieren. Ja, das geht ausreichend über. Nein, nicht wir. Fuck. Äh, rein da. Nein, nicht mehr. Komm. Ja, boah. Ich will jetzt zurück, bitte. Ich will zurück Oh, noch mehr Gegner, ey Nee Komm Komm schon Ja, ey Mein Gott Ich hab Lust mehr Rein da Mein Gott, nochmal Die Wünsche geht auch nicht Nein Nein Schnapp dir das Ding Greif die Gegner an Mein Gott Nochmal So Geh da rein Oh, ist das jetzt weg? Ja, danke Jetzt bitte zur Basis Ja, wir haben fast keinen Sauerstoff mehr, ich weiß Ich arbeite dran Stressig, Leute Kann mir jetzt bitte springen Gott sei Dank Okay Okay, warte mal Wir machen mal ganz kurz fliegenden Wechsel Ich bin kurz weg So, äh Ja So Ei, ei, ei Was für ein hektischer, hektischer Stress Klass wahrscheinlich Oh, hier sind noch mehr Gegner Ey, nee Feuer kommt mir fehlen, Feuer konzentrieren, Jäger unterstützen, bitte Ich bin kurz so hei hei, schwere Geburt, Leute so so, können wir jetzt bitte, wir sind dezent lediert boah so den konnten wir nicht machen, aber okay es kommt noch reaktische Waffen überlasten ich mach das äh erhöht den Waffenschaden welche du gerade noch eingesetzt wird oder ist Feuer auf dem Schiff kein oh Gott schlimm ok den haben wir jetzt mal gucken was kann der besonderes gerettete Crew hier 845 aber wir sind jetzt auch alle 5 ja haben wir zumindestens Crew falls unser wieder drauf gehen sollte wir haben Geld so wir haben Geld Leute aber ich würde sagen wir beenden die Folge jetzt hier von Bomber Crew und äh Space Crew ähm und sehen uns in der nächsten Folge wieder ich bedanke mich bei euch fürs zusehen lasst einen Daumen nach oben da wenn es euch gefallen hat bis dahin Tschau Leute Musik 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 masculine Beyonce Musik Musik ses